Die Düsterung des Bildes hatte zu tun mit den Fürstenspiegeln der Zeit. Fürstenspiegelliteratur des 4. Jahrhunderts war verfasst worden, um einzelne Könige, wie etwa die Könige auf Zypern, anzuweisen, als Fürsten perfekt zu regieren. In diesen Fürstenspiegeln spielte die Ausbildung, die Lebensführung und so weiter eine wichtige Rolle. Also weniger staatsrechtliche Probleme als vielmehr die moralische Eignung eines Mannes war Thema dieser Fürstenspiegel. Das heißt, nicht die Staatstheorie, die Verfassung rückte in den Vordergrund, sondern die persönliche Eignung eines Herrschers. Und in dem Augenblick, wo das differenzierte Bild des guten Königs entsteht, entstehen zugleich auch die Kategorien und Maßstäbe, mit denen man das Gegenteil schildern kann. Das heißt, das farbige Gegenbild eines Tyrannen konnte an dieses Primat der Moral und der Ethik anknüpfen und die bestehenden Tendenzen, die Tyrannis weniger als staatsrechtlich ist, sondern als Problem moralischer Eignung des Herrschers zu betrachten, wird dabei immer weiter verstärkt. Mit der Person des Tyrannen rückt gleichzeitig das, was er tut, und damit seine Gräueltaten in den Vordergrund der historischen Berichte. Dieses Übergewicht moralischer Urteile bewirkt erst das gewalttätige Herrscher, aber von nun an, und das gilt bis heute, auch jeder unbequeme Staatsmann und überhaupt jeder politische Feind fortan als Tyrannen bezeichnet werden kann. Kennzeichen dieser Entwicklung ist, dass Gewaltherrscher nun oft völlig gegensätzlich beurteilt werden. Bei einem Geschichtsschreiber werden sie als weitsichtige Politiker, bei den anderen als blutrünstige Tyrannen dargestellt. Ein gutes Beispiel ist der von uns schon kennengelernte Dionysius von Syrakus, der in den einen Texten wüster Tyrann mit ausufernder Gewalt und sexuellen Exzessen ist und in anderen Texten als Staatsmann begegnet, der vor allen Dingen Interesse an verzierten Stoffen und Ballspiel hatte. Da die Geschichtsschreiber der Zeit ihre Werke aber als politische Pamphlete verstanden, wimmelt es in der Literatur von Übertreibungen mit grausigen Einzelheiten. Und selbst im politischen Alltag können wir beobachten, dass Vorwürfe dieser Art geäußert waren. Das kann eine Episode aus dem schon erwähnten Syrakus verdeutlichen. Ein gewisser Sostris lief eines Tages, splitternackt und blutüberströmend über die Hauptstraße. Er schrie herum, der von den Bürgern geachtete Stadtherr Dion versuche, eine Tyrannis zu errichten und er selbst sei nun das erste Opfer. In einer eilig einberufenen Volksversammlung wurde der Fall untersucht. Man ließ Ärzte die Wunden des Mannes begutachten. Sie kamen bei ihrer Begutachtung zu dem Ergebnis, dass die Wunden von Messern her rührten und kamen zu dem Schluss, dass ein Tyrann an diesen Taten nicht beteiligt gewesen sein kann. Denn so die Ärzte, ein Tyrann und seine Schergen hätten stärker und vor allem mit Schwertern zugeschlagen. Der Fall war gelöst. Es handelte sich um einen Versuch, den geachteten Herrscher mittels selbst zugeflügter Verletzungen unter dem Vorwurf der Tyrannei zu stürzen. In diesem Fall hatte man im Gegensatz zu den literarischen Berichten also die Gelegenheit, am lebenden Objekt das unterstellte Ausmaß der Gewalt zu prüfen. Aber auch diese Episode zeigt eben recht deutlich, dass mit der Behauptung bestimmter Formen von Gewalt immer politische Ziele verbunden waren. Dieser Umstand war den Autoren und Lesern offenbar bewusst. Und vieles wurde offenbar gar nicht für bare Münze genommen. Man ordnete derartige Berichte in aktuelle politische Streitigkeiten an und machte bei der Lektüre dieser Texte entsprechende Abstriche. Dies dürfte auch für eine von Cicero, einem Bewunderer des Timayos übrigens, kolportierte Schauergeschichte gelten. Denn in der er seinem Gegner Kathelina, dessen Verschwörung er aufgedeckt hatte, einer Tat, die der unbestrittene Höhepunkt seiner politischen Karriere war, indem er diesem Katheliner Kannibalismus nach dem Muster griechischer Tyrannen unterstellte. Sie sehen, auch Cicero benutzt diese Darstellungsvarianten aus dem griechischen Raum. Skepsis gegenüber diesen Berichten dürfte auch in der römischen Kaiserzeit üblich gewesen sein, zumal die politische Konstellation den Vorschub leistete. Für die Römer war nach dem Ende der Königszeit während der gesamten römischen Republik jeder Alleinherrscher ein außerhalb der rechtlichen Ordnung stehender Tyrann. Und deshalb hatte man ja zur Durchsetzung des Prinzipats der römischen Kaiserherrschaft eine sehr komplizierte, filigrane und auf politische Fiktionen gestützte Konstruktion geschaffen. Im engeren Sinne stand nach römischem Verständnis der Kaiser eigentlich außerhalb jener staatlichen Ordnung, die er vorgab, zu bewahren. Diese gewollt unscharfe Definition seiner Stellung machte es schwierig, die jeweilige Art der Herrschaftspraxis eines römischen Kaisers von einer Tyrannis abzugrenzen. Das bedeutete aber auch, dass jeder Kaiser konnte bei kleineren Dissonanzen mit der Bevölkerung, mit dem Senat, dem Vorwurf der Tyrannei ausgesetzt werden. Und die abgeschirmte Welt des Hofes eignete sich hervorragend für hierbei fällige Unterstellungen und Erfindungen. Und wenn man einige Zeit zurückdenkt und überlegt, wie das nepalesische Königshaus von Intrigen, Mordtaten und Ähnlichem geschüttelt wurde und wie wenig man letztendlich über diese Mordtaten in Erfahrung bringen kann, dann versteht man, wie kompliziert es für die Antike war, in die Welt des Hofes hineinzuschauen, die Mauern, die der Hof um sich gezogen hatte, zu durchbrechen. Gerüchte, so der Historiker Tacitus, wurden zur Wahrheit. Und diese selbst, wenn man sie dann einmal erfuhr, noch verdreht. Trotz seiner Kritik an diesem Vorgehen verfährt aber auch unser großer Tacitus nicht anders. Und ein Beispiel kann das verdeutlichen. Im Jahr 65 kam die Gattin des berüchtigten Kaisers Nero, Poppea, unter mysteriösen Umständen ums Leben. Die Geschichtsschreiber der römischen Kaiserzeit boten verschiedene Erklärungen an. Dabei entschied sich die Mehrzahl der Autoren für die Variante Giftmord durch den Gatten. Tacitus bevorzugte, da Nero seiner Ansicht nach die Frau aufrichtig geliebt habe, eine andere Lösung. Die schwangere Poppea, so Tacitus, sei an den Folgen eines Fußtritts gestorben, den Nero ihr in einem Zornesausbruch versetzt hatte. Der Kaiser, Sie sehen es, erscheint demnach als Wiedergänger des uns bereits gut bekannten griechischen Tyrannen Periander. Ohne Bedenken wird also das Reservoir der Tyrannenlegenden genutzt, um unklare Vorgänge zu erhellen. Für uns als Wissenschaftler ist besonders interessant, dass hierbei Tacitus die Beschuldigung Neros und die Behauptung, er habe seiner Frau einen Fußtritt versetzt, sogar als Ergebnis aufwendiger historischer Urteilsbildung ausgibt. Dass man derartige Geschichten seit hellenistischer Zeit in großer Zahl erfand und ein zeitgenössisches Bewusstsein für ihren fiktiven Charakter gab, ist die Grundlage für einen bemerkenswerten Text Lukians. Lukian, ein Autor des zweiten Jahrhunderts nach Christus, der nach modernem Verständnis sehr hellsichtig hinter die Kulissen der antiken Lebenswelt blickt und der insbesondere von den Aufklärern des 18. Jahrhunderts der große Heros antiker Literatur gewesen ist. Wieland etwa hat die große Lukian-Ausgabe verfasst und eine Übersetzung der Lukian-Schriften angefertigt. Und dieser Lukian bietet uns eine ganze Reihe von Texten, mit denen er uns verdeutlicht, wie die antiken Kulturen seiner Zeit funktionierten. Und er bietet eben auch etwas für unsere Gewaltproblematik. Er hat einen interessanten Text verfasst, nämlich eine Verteidigungsschrift des Tyrannen Phalares, also eines des echten Prototypen des Tyrannen, den wir schon kennengelernt hatten. Dieser versuchte, so Lukian, die Priester des Apollon-Heiligtums in Delphi, also eines der großen griechischen Heiligtümer, davon zu überzeugen, dass sein berühmter Stier, jenes eingangs von mir bereits beschriebene Folterinstrument, als Weihgeschenk für den Gott Apoll angenommen werden soll. Die Priester lehnen das selbstverständlich ab. Die sagen, unser Gott Apoll kann kein Folterinstrument geweiht bekommen, das sei unmöglich. Und das ist sozusagen der Ansatz Lukians, die Verteidigung des Phalares. Phalares behauptet, er selbst sei Opfer übler Nachrede und der Vorstellung, die man gemeinhin von einem Tyrannen habe, geworden. Er habe dem Künstler ein Kunstwerk in Auftrag gegeben. Die Anfertigung eines Folterinstruments sei hingegen der Anfall des beauftragten Handwerkers gewesen. Dieser habe einfach unterstellt, ein Tyrannen werde sich am ehesten über ein Folterinstrument freuen. Für diese menschenverachtende Unterstellung, so Phalares, sei der auch sonst schwer unter Gerüchten leidende Tyrann oder habe der sehr unter Gerüchten leidende Tyrann diesen Mann mit dem Tode bestraft. Man hat diesen Text Lukians immer so ein bisschen als rhetorisches Kunststück und Übungsstück interpretiert, aber er ist meines Erachtens viel tiefsinniger angelegt. Lukian hat nämlich weniger den Phalares selbst im Blick bei seiner Rechtfertigung, sondern er denkt an den römischen Kaiser. Das lässt sich an einzelnen Formulierungen zeigen, auf die ich hier nicht eingehen will. Aber Lukian verdeutlicht mit diesem Text, dass ein Alleinherrscher auch im römischen Reich immer von üblen Nachreden und Unterstellungen verfolgt werde und immer der Gefahr ausgesetzt sei, dass man ihm Mordtaten und den Wunsch nach Folterinstrumenten andichtet. Den antiken Zeitgenossen, so haben wir gesehen, war also klar, dass die oft wiederholten Episoden nichts über die Bestialitäten verraten, die sich vielleicht im Umkreis eines tyrannischen Herrschers zugetragen haben mögen. Die grausamen Berichte sind daher aus der modernen Perspektive vor allem von Interesse, wenn man diese befremdliche Präsentation von Eiter, Hirn, Eingeweiden und Blut als literarisches Ausdrucksmittel einer politischen Position interpretiert. Das hat uns schon die hellenistische Zeit gezeigt. Und es wird noch deutlicher, wenn wir jetzt den Blick auf die römische Kaiserzeit lenken. Und damit komme ich zum dritten Teil meiner Ausführung. Wir haben schon mehrfach gesehen, dass ein wesentlicher Aspekt antiker Gewaltdarstellungen folgender ist. Allein der Umstand, dass über Gewaltexzesse gesprochen wird, dass man sie erwähnt, verrät politische Ziele. Das erscheint auf den ersten Blick banal, ist aber in einer Zeit, deren Alltag auch in einem positiven Regime durch Folter und grausame Todesstrafen gekennzeichnet ist, gar nicht selbstverständlich. Diese alltäglichen Schrecken, die das Zusammenleben mit den großen Gemeinwesen bestimmten, waren nämlich mit einem Sprachtabu belegt. Und spielte daher auch in der öffentlichen Repräsentation etwa eines römischen Kaisers keine Rolle. Ein hellenistischer König und ein römischer Kaiser rühmte sich nicht seiner Folterungen und Hinrichtungen. Dass dieses Schweigen Kennzeichen eines spezifisch griechisch-römischen Kontextes ist, lässt sich anhand des Gegenteils des Sprechens über Gewalt leicht zeigen. Ein Beispiel nur. Der Perser-König Daraios hat in seiner berühmten Felsinschrift bei Bisutun ganz im Osten der Mittelmeerwelt folgendes aufzeichnen lassen. Zitat. Unser höchster Gott, Ahura Masta, ein bei den Persern besonders in Ehren stehender Gott, gewährte mir Hilfe. Mit seiner Gunst schlug meine Armee die rebellierenden Truppen und nahm den Anführer als Gefangenen und führte ihn zu mir. Danach schnitt ich ihm die Nase und die Ohren ab und stach ihm ein Auge aus. Er wurde gefesselt, an meinem Palasteingang ausgestellt, damit ihn alle Leute sehen. Danach habe ich ihn in Arbela gepfählt. Zitat Ende. Also ein offizielles Dokument eines persischen Königs, in denen er sich dieser exzessiven Gewalttaten und der besonders grausamen Bestrafungen rühmt. Derartiges suchen sie in dem Tatenbericht eines Kaisers Augustus vergeblich. Auch bei den Römern war das Pfählen eine besonders grausame Art der Todesstrafe, in besonderen Fällen durchaus üblich. Aber nur wenn man die Unmenschlichkeit eines Feindes illustrieren will, erzählt man, er praktiziere diese Hinrichtungsart. Und hinzu kommt ein anderes grundlegendes Element. Das ist ein ganz wichtiges Element, auf das wir jetzt kommen werden. Die Aufhebung des Sprachtabus. Die Präsentation besonders abstoßender Details erfolgt also, um zum einen den tyrannischen Herrscher mit Blut zu besudeln und zum anderen seine Opfer zu ehren. Den Gewaltexzessen sind daher in aller Regel Personen ausgesetzt, die zur sozialen Gruppe derjenigen gehören, die diese Texte lesen. Diese sollten suggerieren, dass jedermann von den Ausfällen eines Tyrannen betroffen sein konnte. Die Überlebenden werfen damit also einen Blick auf die Folterung und den Tod ihrer Zeit- und Standesgenossen und bewundern damit deren unerschütterliche Haltung. Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass diese Eigenart, also die Ehrung der Opfer, das Angesicht des Todes von geachteten Zeitgenossen, die Grundlage für die späteren christlichen Märtyrerberichte ist, selbstverständlich. Das Leiden von Christen und der Verfolgung im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus, deren exzessive Folterungen, die wir heute noch in vielen Kirchen in bildlichen Darstellungen finden, haben ihren Ursprung in diesen Bildern, in diesen Bildern der Grausamkeit einer griechisch-römischen Welt. Und wenn Sie in eine Kirche gehen, in der die Märtyrerverehrung eine besondere Rolle spielt und Sie schauen sich die Bilder dort an, dann finden Sie viele dieser Geschichten, die ich Ihnen erzählt habe, etwa wie die mit dem Gitterbett, auf dem Personen zu Tode geröstet werden, wieder. Die christlichen Märtyrerlegenden schöpfen ganz wesentlich aus diesen griechisch-römischen Bildern und knüpfen selbstverständlich an die Eigenart dieser Überlieferung an, mit der die Römer schon den Tod ihrer Zeit- und Standesgenossen bewunderten, um deren unerschütterliche Haltung zu studieren. Mit dem letzten und dem Hinweis auf Rom wiederum ist angedeutet, dass besonders die philosophische Lehre der Stoar auf die provozierende Darstellung des Grausigen in der Literatur eingeweckt hat. Die Stoar ist eine Philosophierichtung, in der die Selbstkontrolle, die Selbstbeherrschung und das sprichwörtlich stoische Ertragen von Leid eine besondere Rolle spielte.